Prinz William und Herzogin Kate sind gerade in der Karibik, genauer gesagt in Belize. Trotz der tropischen Temperaturen gaben die beiden Royals dort bei einem Empfang modetechnisch alles. Während William einen schlichten dunklen Anzug wählte, war Kate in ihrem pinken engen Kleid nicht zu übersehen. Wie ein Model sah die Herzogin mit ihrer schmalen Figur aus. Der fließende Stoff des Dress von The Vampire's Wife erinnerte etwas an eine Meerjungfrau. Dazu trug Kate ihre Haare offen und stylte das Kleid mit auffälligen Ohrringen und einer schwarz-weißen Klatsch. Damit war die Herzogin der Hingucker des Abends. Selbst der eindrucksvolle Hintergrund mit den Maya-Ruinen wurde bei diesem Anblick zur Nebensache. Zuvor hatten sich Kate und William bei diversen Aktivitäten für funktionale Outdoor-Looks entschieden. Darin machte die Brünette aber ebenfalls eine gute Figur. Kate und William unternehmen die Reise in die Karibik als Teil der Feier des 70. Thronjubiläums der Queen. Belize war früher eine britische Kolonie und gehört heute zum Commonwealth. Musik Untertitelung ab.